Todesangst, Kraftlosigkeit und eine große Leere. So beschreibt Sven Krawitz seine Depression. Für ihn und auch für seine Familie ist es eine belastende Situation und deshalb fließen in unserem Interview auch noch Tränen. Sven Krawitz führt nach außen ein gutes Leben, Erfolg im Job als Außendienstmitarbeiter und ein Lachen im Gesicht. Aber sein Leben ändert sich schlagartig. Selbst alltägliche Dinge, wie das Haus zu verlassen, werden zu einer Herausforderung. Für mich war die Wohnung wie so ein Gefängnis. Ich war noch nie in einem Gefängnis, aber ich stelle mir das so vor. Die Wohnung war eine Zelle, weil ich das Problem gehabt habe, ich konnte die Wohnung nicht alleine verlassen. Ich brauchte jemanden, der mich begleitet, mich an die Hand nimmt, um aus meinem Gefängnis zu entfliehen. Einen Montag im Mai 2020 wird Sven nie vergessen. Ich habe eine Zigarette geraucht im Auto und meinen Kaffee getrunken, bin auf dieses Stauende zugefahren und dann kam die Panikattacke. Und das ist das, was ich noch nie erlebt hatte zuvor. Und das war krass. Das war ein Gefühl, was ich nicht kannte. Schweißausbrüche, starkes Zittern und halt diese wahnsinnige Angst, hier ist jetzt Schluss, jetzt ist das wohl das Ende, jetzt sterbe ich. Sven leidet an einer starken Depression und an einer Angst- und Panikstörung. Aber zuerst will sich der 48-Jährige seine psychischen Erkrankungen nicht eingestehen. Dann sagte mein Arzt, ja, das ist dann wohl die Psyche. Und er würde mir halt einen Aufenthalt in einer Klinik empfehlen. Und da habe ich gesagt, das sind ja nur Bekloppte. Aber ich muss sagen, ich habe in der Klinik wundervolle Menschen kennengelernt, weil diese psychischen Erkrankungen, die machen keinen Halt vor reich oder arm oder groß oder klein oder Manager oder Putzfrau oder die psychischen Erkrankungen, die können halt jeden treffen. Eine wichtige Unterstützung für Sven sind Selbsthilfegruppen. Deshalb gründet er in seiner Heimat Walzrode selbst eine. Und diese soll jetzt groß rauskommen mit einem eigenen Film. Das Ziel, Vorurteile gegenüber Kliniken, Psychotherapien und Selbsthilfegruppen abzubauen. Das Besondere am Film, die Schauspieler sind die Teilnehmer aus der Selbsthilfegruppe. Wir können über alles reden und fühlen mich immer besser, wenn ich hier war. Man muss sich nicht jede Woche neu erklären. Ich habe hier in der Zeit, wo ich hier bin, gute Freunde kennengelernt, die auch außerhalb der Gruppe mich auffangen oder mich unterstützen. Das ist für mich einfach schön. Hier kann ich ich sein. Hier muss man sich nicht verstellen. Man muss sich nicht rechtfertigen. Warum bist du depressiv geworden? Der Film heißt Stummer-Hilfe-Schrei. Und damit will die Gruppe zeigen, dass man sich Hilfe suchen soll. In ihrer Selbsthilfegruppe geht es vor allem darum, zusammen Zeit zu verbringen. Zum Beispiel bei einem Eisdielen-Besuch. Die Krankenkasse AOK Niedersachsen unterstützt die Gruppe bei ihrem Filmprojekt. Mit ihrem Film zeigt sie Möglichkeiten der Therapie sowie Angebote der Selbsthilfe auf, gibt Orientierung und nimmt Hilfesuchenden auch mögliche Ängste. Die Selbsthilfe ist hier mit ihrem Austausch von Wissen und Erfahrung eine wichtige Ergänzung zur Therapie und leistet einen besonderen Beitrag im Rahmen von Prävention und Rehabilitation. Der Filmdreh ist vor allem für Sven besonders, denn auch seine Eltern gucken mit zu. Für seine Mutter ist seine Erkrankung bis heute emotional. Vor allem an eine Panikattacke erinnert sie sich genau. Da rief er uns an, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche Hilfe. Sven hatte im Krankenhaus einen super Arzt, den wir auch nachts anrufen konnten. Und der hat gesagt, ich sollte ihm Tropfen fertig machen, die er dann eingenommen hat. Und das ging dann ganz gut. Und seitdem, muss ich sagen, haben wir Sven unterstützt, wie man das nur konnte. Sven sieht auch viele Gründe für seine Erkrankung in seiner Kindheit. Heute kann er offen darüber reden und hat vor allem an seinem Verhältnis zu seinem Vater gearbeitet. Und seine Eltern unterstützen ihn. Da sind wir richtig stolz. Ich glaube, dass er mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Dass er sagte, man muss diese Krankheit an die Öffentlichkeit bringen. Dass die Leute wach werden und auch darüber sprechen dürfen. Was immer so ein Tabuthema irgendwie gewesen ist. Aber ja, da sind wir eigentlich ganz glücklich, dass das so gut geklappt hat jetzt. Und das war glaube ich aber auch so, dass das Gefühle zeigen, so in der Kindheit, dass das gar kein Thema war bei uns. Also immer so diese Glaubenssätze, ein Mann weint nicht, ein Mann muss stark sein, man muss cool sein. Diese Maske kann Sven mittlerweile vor seinen Eltern ablegen und will damit auch anderen Mut machen, offen mit der Erkrankung umzugehen. Und er hat vor allem einen Wunsch. Diese psychische Erkrankung, die sieht man leider nicht. Die ist ja irgendwo im Kopf. Und ich würde mir wünschen, dass diese psychische Erkrankung genauso akzeptiert wird wie der Beinbruch. Und genau dazu soll der Film, der Ende August veröffentlicht wird, beitragen. Dass Menschen, die psychisch erkrankt sind, keine Angst mehr haben, offen darüber zu sprechen. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube Kanal. Am besten direkt abonnieren. Am besten. Am besten. Am besten. Vielen Dank.